Ich bin nur ein einfältiger Dichter und nur meine Stimme hat Schärfe. Was hat es für einen Sinn, wenn jemand mit einem Papierschwert die Hexe von Tuaron ersticht? Zwölf Tage sahen sie in dem Mäuse verstogenen Schub aus. 105 waren wir in einem einzigen Sack. Bei Tag und Nacht, bei Nacht und Tag. In der Tat ist Neujo Storschlag einer der hervorragenden und in vieler Hinsicht alleinstehenden Universalisten der ungarischen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es ist eine spannende Herausforderung, doch zugleich auch eine wichtige und zeitgemäße Aufgabe, Kachas Person und seine Tätigkeit, sein komplexes Lebenswerk im Kontext des avantgardistischen Utopien zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu zeigen. Und wenn man sich die Installation mit einer Kachas-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach. Kachas-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach. Kachas-Kach-Kach-Kach-Kach. Kachas-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach-Kach. Vielen Dank.